Linsen weg, dann die Shackle weg, dann mit Na, ich schmeiße nicht die Linsen weg Wir müssen nicht ein paar bestellen So, wie kann ich ein Bett holen? Oder könnt es wirklich damit Ihr braucht so Stoff, wir müssen Stoff aus Spinnweben machen und dann ähm... aus Holz und Stoff Weil sonst nicht welche mit Wir haben keine Spinnweben Na gut, dann hol ich welche Ich hab fünf Spinnweben Das reicht nicht, wir müssen da aus Stoff machen Kommt runter Ja, aber Moment, da kann ich noch 250 Kilo Wie viele Sterne haste schon, Dani? Zwei Was? Wie viele Sterne? Alle in der Truligen glaube ich jetzt Ähm... sieben, lass mich nicht lügen Oder sechs Irgendwie so Kommt mal jetzt her Und kauft euch vorordentlich Heiltränke, ne? Oh, hier liegt noch ein Sterne gekauft Hier ist noch ein Stern gelandet Ja, hier ist eine Menge Sterne Ja, hier ist eine Menge Sterne Bald haben wir beide 40 Mana, dann können wir das komische Dingens machen Ja Ich glaube ich mach mir dann noch in meine Leiste zusätzlich das Dingens rein Den äh... Dornendingens Moments So, ich hab schon wieder einen Stern gefunden Ja, willst du die jetzt auch machen oder was? Ich mach's mir aber trotzdem in die Liste rein, sodass ich zusätzlich schießen kann zu meinem Mann Ja, dann musst du die zuerst einmal alle verbrochen und dann kannst du deinen Morgenstern Klar, ich weiß Hogan! Stirb! Ich komm, ich komm nicht vorwärts um Schalt So nicht Weil hier gut Acht Zombies vor mir stehen und hinter mir und so Ich renne mit meinem Morgenstern und tu sie alle wegschleudern Ja, dann kommt auch mal Wie gut ist es dich nicht interessiert, deswegen hast du auch gefragt, wieso? Ne, ähm... Ich meine, wenn so viele Zombies da wären, vor mir würde es mich nicht interessiert, so rum Ja, wie schön, dass dich nicht interessiert Mich schon Äh... Ich habe halt keine Imba-Waffe Wir haben alle keinen Imba-Morgenstern Hättest du sie aufheben müssen Ja, ich weiß, die Kommentare ist doch kein So, go, go! Ich warte Ja, wenn du die Omi tötest, dann hebe wenigstens die Linsen auf, damit wir noch mehr bestürmen können Mache ich Sonst müssen wir irgendwann ewig lang farmen Tu ich Das ist Hacke Ja, aber hier lang, grad noch voll viel rum Ähm... Ich meine, ich habe jetzt hier Die hinter mir sterben, die liegen dann halt rum Ja, ich habe neun Linsen jetzt Ich muss hier hinten sowieso mal Bisschen Zeug schlafen Bisschen hast du Ähm... Kann ich mir hier ne Furnace bauen? Linsen, wie viele Linsen? Vier Ja, gut, dann können wir uns noch einen machen Und wenn Clemy noch welche hat, dann vielleicht noch zwei Und ich habe jetzt noch einen Inventar Ähm... das schlechte sind nicht den Mond zurückgezogen, sonst müssen wir jetzt wieder warten bis man die Sonne sieht Aber Clemy braucht sowieso ewig Ja... Ich muss erst mal den ganzen Müll wegwerfen Gib mir Mühe hier schnell zu laufen Ja, nur blöd, dass du nicht so schnell laufen kannst wie Tom, ne? Ja... Mach einfach... Schiebe nämlich keine Imba Stiefel Oder Imba Hex Hex Ich gebe euch gleich Hex Penner Ja, okay, dann verteil Hex Okay Oder Anti-Hex Ja, genau, Anti-Hex Ich habe noch keinen einzigen Meteoriten gesehen Können wir unter der Erde landen? Nee Okay Meteoriten landen auf der Erde, das haben die so an sich Ja, nee Hehe Ich kenne das Spiel ja nicht, was das nicht könnte gut sein können Wohl eher nicht Okay Ich bin am Dungeon, aber der alte Mann ist nicht hier, ne? Äh, okay, dann können wir ihn nicht mehr beschweren Das respawnt wahrscheinlich irgendwann Wieso hast du hier mit Glas zugebaut? Der Mitte ist ein geschlossener Raum, wir machen hier noch ein Bett Boah, das ist doch blöd, dann macht da wenigstens ne Tür hin, weil wir wollten noch hier weitergehen Na dann Spiele da mal, mach mal noch einen Anlass oder so Äh, warte, bevor ich da runtergehe, will ich lieber hier Oben Ja, bring's zum Bett mit Clemy, hast du eins? Du kannst ne Tür machen und reinstellen, ne? Ich habe aber Spinnenweben Wie viele denn? Äh, 250 Boah, das ist echt dicke Ja, ich glaube, ich lasse jemand in Dynamit fallen Ey, Tom, wie viel Dämonit Bar hast du? Ganz viele Ich hab fünf Lass der Mann übrigens wieder Ey, ich wollte hier gerade in Dynamit fallen lassen Ach, du meinst, Dynamit, äh, ich muss mir gerade Ja, ich kann hier auch alles wegschwenken Ja, das mache ich jetzt Geh ich jetzt nach oben, dann lässt ich da mal Dynamit hin Mal gucken Nein, das bringt doch gar nichts Das willst du mit dem blauen Stein machen Ganz viel Demonite Haben wir hier noch Shadowscale irgendwo? Hey, hat jemand Shadowscale von euch? Ja, 14 Ne, ich glaube nicht Gib mal hallo, bitte Und wir brauchen, ähm Wir brauchen nur noch einen Amboss Ne Amboss? Ah, ne, ich hab das ganze Eisen da liegen lassen Im Anderen Verdammt Yeah, du bist der schnellste Du könntest nochmal mit deinem Du noch Eisen, Clemy Eisen, hm Ja, das Wurst Ich kann dir mal ne Tür da hinten entstellen Das kann man auch später noch machen Das wird nur dem Ja, aber das mache ich Ähm, ähm, ähm Wir brauchen jetzt das Bett hier Ne, sieht nicht so aus, als ob ich noch Eisen hätte Nö Ja, dann stellen wir da einfach ne Tür hin Gut Und jetzt, ähm What? Ja, da ist aus der Ebene da hinten Können wir irgendwie ne Truhe oder ein Merchant hier hinstellen? Ich muss das irgendwie verkaufen Ja, dann können wir das halt nicht machen, ist noch Wurst Was können wir nicht machen? Übrigens, da nimm mal die Fallen Stars Habt ihr gegeben Ja, ja, hier kriegt man das Wieso können wir das nicht machen? So So, wer will noch Obsidian Skull? So, hier hast du deine Schuss Ja, ja, gib mir mal, ich hab noch Schäcke Okay Was hast du mir da grad gegeben? Schäcke Die hatte ich bisher die ganze Zeit an So So Lass ich mir gegeben, zwei Ich klebe mir mal auf mit dem Abbauern Wir müssen hier vorne nur ein Bett entsetzen Alter, jetzt lass doch mal hier Ja, ich will haben die Steine ab Bett, 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 Bett Bett, 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 Bett Ja, hier ist Spinnweben Schickste Spinnweben Super Dann kann ich mir halt den Stoff machen, mir egal Stoff Und Bett Guter Stoff Guter Stoff So, da ist ein Bett Spawnpunkt können wir aber nicht setzen Weil es kein geschlossener Raum ist Dann machen wir uns jetzt einen geschlossenen Raum Feste Lichtquelle haben wir auch Äh, Background haben wir auch Äh, Background haben wir auch Nö Wir haben wohl keinen Background Ähm, dann können wir uns Background craften Ja, mach mal Das ist nicht so kurz richtig Mal ausprobieren mit Woods Wall Nö, kann ich nicht placen Mach mal draußen kurz ein Haus Ja, ja Und wir bauen schnell ein neues Haus hier draußen Hier vorne Perfekt Nur ganz viel Holz Ich mach aus Holz Alter Mann, du kommst hier nicht rein Du kommst hier nicht rein So, jetzt hab ich hier jede Menge Holz Verstellt Warte, machen wir mal ne Tür hin Warte, machen wir mal ne Tür hin Hab keine Tür Ja, ich mach grad eine Ha, jede Menge Holz Hab eine Mach mal noch den, äh, Dreck Background weg Ja Jetzt hier diesen Schleim töten Können wir da ein Bett rein stellen Können wir da ein Bett rein stellen Äh, und jetzt noch Woods Hintergrund So Das reicht nicht ganz Lalalala Ja, noch kann man kein Hintergrund Äh, noch kann man Nicht Wir brauchen noch ne feste Lichtquelle Naja, stimmt Äh, ich hab fuck in Ich hab auch fuck in Ich hab auch fuck in Ja, geht Ja, das brauche ich Ja, hab Ja, ich auch Das beschützt uns aber trotzdem nicht vor dem Ding Der kann hier trotzdem rein Ja Ja Und macht mal Nacht Jo Alter Mann, willst du hier wohnen? Ja, wir kämpfen dann hier gegen ihn, okay? Okay Macht euch bereit, jetzt zieht euch schon mal eure Heildinger hin Okay Ich zieh mir dann grad noch schnell hier meine, ähm, meine Sachen reinhauen Ich hab Spike Lee Ball Okay, wir gehen hier hin und wir müssen uns aufteilen Okay, ich hau jetzt rein, gleich Geht schon mal hinter ihr beiden, geht hinter Flummi Hinter, hinter, hinter jetzt Ich mach jetzt Go Achso Go Ups Haha Verteilt euch, so dass wir nicht alle nebeneinander stehen So dass wenn einer stirbt So dass wir dann ohne Probleme Ja, aber der konzentriert sich immer auf einen Ja, in dem Moment auf mich, aber wenn ihr neben mir steht, ist das total unklug Wir könnten auch theoretisch zuerst eine Hand bauen noch Ja, ähm, ich schieß sowieso auf alles, was ich da sehe Solang irgendjemand von euch überlebt, während ich, äh, während ich tot bin, ist alles gut Also du, äh, du musst dich mal healen Ja, ich weiß, aber das, äh, geht nicht Ja, ihr müsst jetzt überleben Überlebt Dani, heilen Jaaaa Lauf Dani, lauf Perfekt Mach das weg, mach das weg, mach das weg Ja, theoretisch können wir auch tatsächlich einfach die Hände machen Ja, erstmal Hände Und Down Und Down Ich überleb das Hoffen wir mal Nee, der packt das schon Unser Tom packt das Der hat wenigstens schon Anti-Hack geschrieben Ja, da wird so ein Anti-Skelett nicht schwer Mhm Oh Ja Hätten wir einen Deathcounter, würde ich eindeutig gewinnen Nach heutigen, äh, Erlebnissen Ja, aber nur weil du deine Inbound-Bistung zuerst hattest Ja, weil ich sie mir zuerst als Schnauert hatte So macht man's Ja, eben Nur weil du mit deinem netten Charme überzeugen konntest Mit deinem netten Charme Ey, Clemy, lass mal rüberwachsen und geh Mein netter Charme Ja So läuft das halt im Showbusiness Showbusiness Kick auf die Scheiße Hand an, Kick auf die Scheiße Hand an Kick auf die Scheiße Hand an Ja, der hat nur 500 live auf der Hand Link der Hand Ich will nicht wissen, wie viel 5, äh, wie... Der hat 6000 live auf der Hand Ja, cool, vor nem Auge wurde ich getötet, ey, was geht Ja, ähm... Boah, ich seh hier nix, hier ist alles dunkel Ach stimmt, ich hab ja auch noch meinen Zombies, ihr habt gern recht zu leben Leben ja auch nicht, die sind untote Leben ja auch nicht, die sind untote Der scheiß Schädel hat noch 1, 3, 3.000 Leben Ah, die Linke hat noch 100 Leben, ey Ja, ich weiß, was meinst du, was ich gerade probier Mach die Hand weg, mach das weg, mach das weg, mach das weg Ja, die Hand, die Hand Ja, die Hand, die Hand Ja, Mann, geboot, Junge, geboot Andere Hand noch Ne, was ist los, Mann? Creepier jetzt bloß nicht Dani Aha, verarsch Autsch Ah, ich komm nicht dran Die Hand ist auch weg Oh, ne, doch nicht Sonst neben hat sie noch oder wenn ich's richtig kippe Ey, nicht verdecken, Tom Ich kipp hier nicht Los, nicht verdecken, Tom Jaja